Ich befinde mich auf dem Schlossplatz in der Mersburger Oberstadt. Wie man sieht, findet hier ein Benefiz-Konzert für die Ukraine statt. Dona nobis parzem heisst auf Deutsch, schenke uns Frieden. Dona nobis parzem heisst auf Deutsch, schenke uns Frieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Burgenmuseum muss ich hier links abbiegen. Der Zutritt kostet hier 2 Euro pro Person. Der Blick von der Gartenterrasse des Schlosscafés auf die Unterstadt und den Bodensee ist dagegen gratis. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Burgenmuseum wird eines meiner nächsten Videoprojekte sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020